Sie können im Projection Viewer eine Menge an Projektionen vorberechnen lassen, welche interessante Strukturen Ihrer Daten zeigen. Wir nennen das Konzept die optimierte Menge an guten Projektionen. Die Idee ist, dass Sie nicht manuell die einzelnen Achsen so wählen müssen, bis Sie eine interessante Struktur finden, sondern dass der Projection Viewer Ihnen spannende Achsenkonfigurationen vorberechnen kann. Zur Berechnung solcher interessanten Projektionen drücken Sie diesen Button, um den Berechnungsprozess zu starten. Übrigens, Sie brauchen dies pro Datensatz nur einmal berechnen lassen. Wir speichern Ihre Ergebnisse für zukünftige Session automatisch. Diese einmalige Berechnung selbst kann je nach Größe des Datensatzes ein paar Sekunden oder Minuten dauern. Die Parameter an dieser Stelle, welche den Berechnungsprozess steuern, sind bereits optimal gewählt und können so belassen werden. Sobald die Berechnung abgeschlossen ist, sehen Sie einen neuen Slider und eine weitere Auswahlmöglichkeit. Sie bietet Ihnen nun die Möglichkeit, die einzelnen vorberechneten Projektionen nacheinander zu betrachten. Sie können entweder jede Projektion einzeln betrachten, dazu wählen Sie die Auswahl Stufe, oder Sie können durch Ihre Projektionen hindurch animieren. Dazu wählen Sie die Auswahl Linear Interpoliert. Wenn Sie nun den Slider verwenden, sehen Sie, je nach Auswahl, die einzelnen Projektionen oder eine Animation dieser optimierten Menge an guten Projektionen. Hier noch ein kleiner Hinweis für die absoluten Fachexperten unter Ihnen. Selbstverständlich können Sie auch ähnliche Projektionen über eine Hauptkomponentenanalyse, in Englisch, Principal Component Analysis, berechnen. Dazu klicken Sie einfach auf den PCA-Verfügbar-Button und markiere die Checkbox. Nun können Sie mit den Slider über die PCA-basierten Projektionen explorieren. Zwischen den optimalen Projektionen und den PCA-basierten schalten Sie um durch die Checkbox. Der Vorteil unserer optimierten Projektionen gegenüber den PCA-basierten ist, dass die optimierten mit einer Anzahl von n halbe viele Projektionen auskommen. Während die PCA-basierten n² viele benötigen und zudem gaussverteilte Daten voraussetzen. n ist hier ihre Anzahl an Dimensionen bzw. Spalten ihres Datensatzes. Beide Mengen zeigen den Projektionsraum vollständig. gov 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 Vielen Dank.